Herzlich Willkommen zurück Ratchet & Clank. Wir haben dieses Schnubbel-Schnubbel-Schnubbel-Monster besiegt und wollen jetzt ja die haben wir noch bekommen sehr schön noch mal eben unsere Munition aufstocken bevor wir weiter gehen. Ja genug von Zeit muss sein auch schon wieder da Ja komm 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 Ok da hauen wir noch ein. Wir haben ganz schön viel verblasen auf jeden Fall. Ja die beiden nur einmal mit und dann gehen wir weiter. So. Wir haben. Wir wollen. Da oben haben wir Mr. Zorkon. Rechts haben wir. Ne oben haben wir den Brenner. So. Dann so. Mr. Zorkon. Hä? Ne Kammer doch. Da müssen wir lang. Nehmen wir noch mit. Mr. Zorkon. Warten Sie einen Moment. Ah guck mal. Schöne Holocard noch bekommen. So. Dann können wir weiter gehen. Das Stationszentrum. Da sind wir echt durch ne? Ja alles klar. Oh. So, hier sind wir, hier sind wir, auch noch irgendwelche Missionen hier übrig, na oder, ich glaube nicht, Mr. Zorcon, machen wir noch fertig hier eben, dann haben wir den auch schon mal ready, aber dann haben wir alles, alles getan, alles gemacht, dann kommen wir wieder zurück, dann fliegen wir woanders hin. So, wir reisen nach Gaspar, Gaspar, ist das denn so Lavaland, Lavaplanet? Jo, Kämpfe gegen die Black. So. Was ist das? Das ist eine Tankstelle, interessant. Ach, dieser Holobahn, ich komme doch bestimmt nachher wieder zurück. Nein, nicht Zorcon. Ah, Grindschuhe. Das stinkt mit dieser Prämie. Ja, ja. Keinein, genau den Schuss jetzt gelaufen bin, oder? Da kann ich auch so machen. Wieder etwas gelernt, spät, aber was soll's. Yes. Okay, rein da. Das hatte ich gerade vor. Okay, rein da. Okay, rein da. Okay. Okay. Vielen Dank. Oh, die Dinger kann auch uns verstören. Ja, egal. Davon ist noch einer. So. Mr. Zurcon. Kann man auch wahrscheinlich rein. Zuerst mal hier die... Aber ich komme bestimmt dieses Tor rein. Da ist bestimmt mal drin. Wir nehmen einmal D hier. Ich komme hier rein. Das Geschütz kann ich nicht mitnehmen, oder? Warte mal, konnte ich das vorhin mitnehmen? Doch, ne? Wollen wir noch mal kurz nachgucken. Ne, sieht nicht so aus. Da steht ein Geschütz. Da komme ich jetzt auch hin. Ja gut. Dann... Ja, mal hier rüber. Da ist man das hier noch mit. Und das hier noch mit. Das dürfen wir nicht mitnehmen. Ja, mal hier rüber. Ja, mal hier rüber. Ja, mal hier rüber. Ja, kaum Loot. Da gibt es sogar die Pflanzen hier mehr Loot. Und die anscheinend auch immer spawnen. Sehr schön. So, und das schmeckt. Goldene Schraube. Zurcon. Goldene Schraube. K hoş. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, keine Gnade. Da wollen wir selbst Schaden sogar. So, ich hätte auch den Tom benutzen können. No, 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 no. So, 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 was für ein Zufall. Let's go. So, 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 okay, so, okay, so, 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 neue Plattform. so, neue Plattform. So, die lecker zu bekommen. Leider treppen runter. Da. Wo ist er, dazjechen? Hint? Hier brauche ich die, und hier die그렇 wrório. k�at. das flute. K features war mit verdôn Rot. Oh, ich weiß nicht mal viel. Darfst du mal jemanden azuf! ist hier wie dran! You. hinten. Ich kenne jemanden, der so ähnlich springt. Ich wollte den Loot noch nehmen. Kampfbot kann man nicht sagen. Oh. Neue Taxi-Wert. Die erste Frage, die ich mir stelle dann. Moment mal, du bist verheiratet, das sind zwei Kinder? So, war er jetzt gesagt? Na, hier nur gegen Düsenpacks, okay. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, beenden wir die Folge. Und danke fürs Zuschauen, es hat Spaß gemacht, halt die Klappe. Und kostenlos abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weiter Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.